Hi und willkommen zurück bei Sword Coast Legends. Wir sind hier in dem Versteck von dem Spinne-Dämon. Und ich würde sagen, dann schicken wir unser Zwergmoor voraus und wohl an frisch an Zwerg. Kultistenfanatiker. Wir sind hier definitiv nicht alleine. So, du, segne schon so, Moor. Typisch verborgen. Du machst nur das hier an und... Wo ist erst? was der fanatiker ist hier kein kling das werde ich mit der gewinnen na egal so ab in die dunkelheit genau ja sehr wahrscheinlich wohl immer das krank der erneuerung jürgen immer abgängszeitverringerung passieren dazu das schlechteste ist okay wie kommen wir hier durch das sind noch alternative wege das ist schon mal gut also ich guck mal ob wir doch nichts übersehen haben der hat doch noch was na der nicht brauchst du alles nicht da ist auch nix ist hier eine tata tür also müssen wir durch eine ahne wow wow hier riesen spinne ja 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 okay so die erste spinne haben wir gerade gekillt schon gut hier ist nichts so kämpfer ja 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 Ähm, mag der uns nicht oder was? Er hat alles Resistenze. Er hat alles Resistenze. Naja, so allzu viel nützt es aber auch nicht. Das war nicht so cool. Okay. Gut, weiter im Text. Hier ist eine weitere Tür. Hier vorne ist ein Gegner. Oha. 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 Ja, ich glaub mir... Spinner. Super. Super. Oha. Oha. Ah. Ah. Der Kerl mit seinem Teleport ist einfach nur nervig. Oha. Oha. Neue Stufe. Neue Stufe. Finde ich sehr schön. Neue Stufe. Ne, ich wollte hier gucken, ist hier was interessantes? Ne, eigentlich nicht. Neue Stufe. 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 krieg das ist aber auch nicht schlecht ich glaube denn da nehme ich mutter unterstütze ich und uns doch stehen damit genau machen wir das war das jetzt passiv oder war das jetzt aktiv dass du ich doch gerade gewählt haben passiv nehmen oder das hier wollte ich doch krieg aura das ist eine aura ich wahrscheinlich aktivieren muss ne warte mal stop da wollen wir doch charakter er hier fähigkeiten was ist das schönes das ist für mich was anderes hast du ja genau die aura die ist doch bestimmt nett gucken wir uns jetzt mal an was hier für doomzeichen im anderen raum da gemacht wird also ja 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 Wow, das war, ah ja, okay. Wow, den hat es gerade mal so zerlädt. Ich würde sagen, unser Aura ist nicht schlecht, würde ich fast sagen. So, jetzt gucken wir uns ja schon was dahin ist. Ja, war nur Stoff. Wow, was ist hier? Nicht viel, oder? Was geht da hinten noch weiter? Ja, ich muss gucken, da hinten wird auch nixen. Ja, ich muss gucken. Okay, dann mal gucken, ob in dem Raum noch was ist. Nö. Also wäre ich mit dem Sonnenstuhl hergelaufen oder wie? So, hier war glaube ich auch nix. Ne, hier haben wir noch was vergessen. Braucht ihr doch alles nett. Großschade, das war unser anderer Zauberer. Vater Humid, ganz wichtig oder relativ nützlich. Warte mal, Moment. Ach genau, hier geht's weiter. Okay, jetzt wieder ein Kultisten Magier. Du, du musst uns mal schnell segnen. Du gehst auf deine Magier. Du machst das hier. Und gehst auf deine Magier. So. Oha. Boah, der Nebelstrahl steht jemand. Und kuschelig weich, vier Bähnen, Miaut. Das kann nur heißen, die will ein Haus oder bespaßt werden. Ne, die will ein Haus. Ich bring mal kurz mein Katzenhaus, dann bin ich wieder da. Bis gleich. So, und wieder zurück. Katzhaus gelost. Ist ja wichtig. Dann. Okay, die haben wir grad schon mal. Ohne Leid noch was. Kurzschwert. Mhm. Okay, aber die Elydia, wenn sie so her ist, die will aufsteigen. Und zwar, was haben wir dann alles? Nö. Nicht unbedingt. Licht. Was ist denn das? Jünger des Lichts. Das wäre sowas, was man machen könnte. Wiederbeleben. Könnte man auch. Flächeneffekt. Bogen schießen macht so oft. Haben wir hier Fertigkeiten, wo du mal nehmen könnt. Ne, das brauchst du nicht. Schlösser knacken. Ah nicht. Was ist denn das? Ne, das machst du eh nicht. Kennst du schon. Wehre Armbrust. Haben wir aber gar keinen. Rechtschaffender Held. Du lernst. Du lernst das, das hört sich witzig an. Und auf jeden Fall. Moment. Haben wir dabei genommen. Wusste ich gar nicht. Achso. Ne, das machen wir eh schon. Das ist gut. Helfen. Mach das mal noch. Das geht momentan. Reiche Wuge. Fliegender Feind. Bogen schießen. Genau. Mach mal das noch. Das hätt mal machen können. Na egal. So. Die gute Dame. Wurde befördert. Und wir gucken mal, ob man da ein. Was ist denn das? Was zum kaputt machen bestimmt. Oh, eine Truhe. Oh. Zwei auf Stärke Rettungswürfe. So. Was hast du denn hier? Der Ring? Der Ring? Du hast schon nur Anna. So. Zwei. 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 du hast du auch noch nix nimm mal Armo ach plus 2 auf Schleichen das ist ja cool Schadensresistenz für dich auch nicht schlecht dann machen wir das da das ist vielleicht für dich nicht schlecht im Moment okay, das ist das gleiche da war doch irgendwas hm, ne da kommt doch selber raus ähm, was soll ich hier ja, kommt auch selber raus haben wir A, was soll man hier ne, machen wir es ja schon so weiter tja haben wir jetzt dort mit die Tür aufgemacht indem wir die ganze Kultistenmarkier doch gekillt haben oder wie ach herrje müssen wir abbiegen gucken wir einfach morgen oh, das hat offenbar was bewirkt weil die komische ähm der Schutzspruch da der ist weg okay, und hier kommen wir wohl Level tiefer würde ich sagen hier was drin nö hab dann mal hinab ja, ist recht wer fehlten ah, wo hängen sie äh ah, wegfindungsbag child, child zahe zahe und du dörst du nur vor gerade warte nein umdrehen jungs unglaublich Und eine Etage tiefer in dem Versteck. So, dann wieder das übliche, okay, up, was ist denn hier? Okay. Hier hat es jetzt wahrscheinlich verstärkt Spinne oder anderes widerliches Getier. Dass sie hier war, schon ziemlich aktiv, muss man sagen. Okay. Oh, Charlie, der hat eine neue Stufe. Sehr schön. Drei Attributspunkte Kampfmeister. Was hast du denn hier? Okay. Ähm, Helden. Mal schon, was ist denn das? Boah, das ist, das ist fett. Aber ich würde sagen, ich mache mal so hier ein bisschen, was ist denn das? Lähmungsschrei. Das ist nicht schlecht. Gefällt mir auch gut. Guts. Ja, das da müssen wir auf jeden Fall holen. Und das hier. Oh ja, oh wow, das ist, das ist super. Oh, super Talente. Da müssen wir mal, naja, eins ist noch mal andere. Hier können wir mal wieder ein bisschen randalieren. Eine frische Leiche. Ein Drow Klingenmeister. Dann würde ich sagen, du, du schmo, segne. Du greifst an. Du greifst an. Du machst das mo aus. Uh oh. Ähm. Nein! Boah, Zorn trank wollte ich doch gar nicht. Erst mal noch nicht tot. So, kannst du uns auch verfluchen. Frische Leiche. Will ich das? Ähm. Üh. Ups. Hahaha. Sie hat mir eine geruft und gleich wieder weggeschickt. Liebling von Tricloth, Pieke der Verseuchung, Negroschaden zweihändig. So, mir wolltet ihr hier was kaputt machen, bisschen randaliere. Was ist denn das hier, können wir auch kaputt machen. Gewirr. Nehmt mal, nehmt mal. Also hier könnt A ruhig mal wieder einer sauber machen und die Spindewebe wegmachen. Ein paar Putzkräfte an der Schicke. Mimik. Super. Mimik. 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 Was ist das? das müsst wie das müsst wie hier irgendwas hier ist nichts hier ist eine tür aber mehr kugel sie erstmal was du hinne noch so ist der erste war nur dessen zahl wow was ist denn das hier ok die der spinne dämon du das mag ich jetzt nicht unbedingt wieso soll ich das wohl eröffnet das quest aber ich weiß nicht ich bringt vielleicht bringt das aber was moment doch 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 das hole ich mal eventuell bringt das was wenn man 9 geht in der dämon durchkämpfe ich ich nicht ich Aber Moment, ich hole das Zeig trotzdem, Mama, kann nie wissen Es auf andere Zu werfen Achso, nee, dann brauchen wir es Dann brauchen wir es nicht Ich habe ein Ding, das würden sie irgendwie schützen Oder so Aber wenn das einfach nur so Fernkampf-Ding ist Und dahin Dahin ist noch was Naja, ist eher schier Wow, okay Okay, okay, okay Jetzt verzweigt sich die Brute um einiges Eine Falle Okay Dann Entschärfse-Moh Oh, okay Ähm, hallo? Glendet, was soll denn der Scheiß? So, Moment, der Durm. Traukämpfer. Äh, das ist jetzt nicht was, was euch machen wollt. So, alle gehofft, ja ne Durm. So, alle gehofft. Hm, unglaublich. Hier nimmt es sich wieder was raus, die Durm. Säureflasch Teufelsvernichtungsklinge. Uh, gegen Teufelkreaturen. Hm, ja, okay. Was das wohl für Viecher sind? Bücherregal. Oh, ja. Oh, ja. Mamamo hier weiter, würde ich sagen. Hm, da ist hier noch ne Tür. Na, hier ist Kenny. Ähm, ja, dann ist hier wohl. Was? Was? Wo? Wie? Wann? Oh, okay. Wow. Nicht gut. Was? Was? Was ist das? Äh. Oh. Oh. Was? Oh. 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 Oh, 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 ähm, so, wow, was ist das? Oh, ähm, du, auch immer du büscht, ähm, Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui hau ab hau ab nicht schön nicht schön oh nein fuck 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 die henne hier wollte ich doch so halt du mal bisschen abstand damit du nicht so viel akku ziehst von der du kannst schon mal Wow. Gibt's nicht Jetzt töten, töten, töten Wow Oh shit, fuck Was haben wir hier noch Schönes? Heilige Flamme Ähm, juhu, juhu, juhu Du, du.scher, immunruhen Das du.nickel Du.scher, Split esteu Und du könnt O.o.o.o.o.o.o. ist, das ist, ähm, das Gift ist gar nicht gut. Oh, ich könnte nur... Boah! Da! Fuck, ey! Ah, super! Ich lege mich zur Ruhe. Hallieieieiei. Äh, sowas von nicht gut. Hallo, kannst du nicht mal deinen Prank inwerfen? Boah! Projektile. Brauche ich nicht unbedingt. Welchen Effekt? Ja, ja, nicht nur du. Ah, super. Äh, nee, ich würde sagen, das door hat Kates wie Bagmi. Okay, das müssen wir das nächste Mal nochmal probieren. Kommen. Puh. Dann muss ich mal eine andere Taktik überlegen. Ja, ja, ist hier recht. Komm, mach ich das auch noch kaputt. Dann... Äther Spinde. Wow! Ne, Jungs, das door müssen wir das nächste Mal nochmal probieren und dann müssen wir uns neue Taktik überlegen. Bis dahin dann. Bye, bye.